Sie sind Rechenexpertin bei der NASA. Die lassen Frauen sowas... Ja, und das nicht etwa, weil wir Röcke tragen, sondern weil wir Brillen tragen. Wissen Sie, was wir hier machen? Wir versuchen, einen Menschen ins All zu befördern. Wer macht die Regeln? Sie sind der Boss. Sie müssen nur so handeln wie einer. Hidden Figures. Nur im Kino.